Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Ich werde das Spiel mal starten. Warum ist denn hier kein Sound? Alles drin. Na gut, machen wir Vollbild rein. Ah, es klingt da buff. Warum geht das im Vollbild nicht? Okay, wir spielen mit dem einen Account weiter, weil der andere ist ja irgendwie verschwunden. So ein Mist, nehmen wir auf Neuanfang. Und wir werden probieren die Dailies abzuschließen. Das, 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 kostenlos. Super. Oh, ist jetzt ein bisschen zu laut. Okay. Go, go, go. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen Queste. Ah, ich habe noch keine Dailies. Ich bin noch so klein. Ich bin noch mal Level 11. Ach, das sind sie doch. Okay, Werbunganschau machen wir nicht. Nutze Erfahrungstrank. Wird gemacht. Zack, benutzt. Und tausche einmal das Mark ein. Einmal. Und, warum nicht 100 Mal. Wird viel besser. Und gemacht. Level 12. Supi. Werbunganschauung. Ah, noch zweimal. Oh, danach habe ich ja gar keine Diamante mehr. Und nochmal. 100, 100, 100. Bitte, 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 bitte. Ach, Mist. Fertig. Kämpfe dreimal in der Arena. Kraft 2000, 4000, nehmen wir den hier. Das ist das Schwächste. Meine ganzen Hellen, die ich da schon freigespielt hatte, alle weg. Oh! Got 완�ziska. Oh du, das war ja gar nichts soவirlen. Wow. No ideas hier знает. das habe ich schon verloren ok 4.000 3.000 dann werde ich den auch verlieren wenn ich schon gegen 2.000 verlieren werde ich gegen 3.000 erst recht verlieren und dann brauchen wir noch einen kampf ich werde immer stärker 6 Sekunden warten da läuft die Zeit und Angriff 1.000 ok das waren jetzt die drei kämpfe die ich machen musste für die Quest. Fertig. Dann kommt jetzt die Heroische Mission. Zwei Stück, äh, drei Stück. Ja, 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 ja. Das sagst du jedes Mal. Sorry, sorry, sorry. Dann machen wir jetzt einfach hier die drei Heroischen Queste. Das wird die ganze Woche so stressig werden. Okay, noch mal. Passt doch schon, Stefan Wittok. Können wir da ein Leerzeichen reinsetzen? Oh, nice, 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 nice. Das waren die Queste. Da sind die Dailies. Ne, das war nicht die Dailies. Das sind die Nachrichten. Da sind die Dailies. Werbung dann schon? War ich noch nicht. Noch zwei Heroische Quiste. Den habe ich ja noch nicht, den Wudemann. So, sieht schon mal sehr gut aus. 20 Minuten muss ich los. Wow. Und noch eine Heroische Quest. Nochmal den gleichen. Kämpfe ich so lange, fast diese Maus geht nicht mehr richtig. Schmutz drunter. So. In diesem Quest spiele ich so lange, bis ich diesen Typ hier habe. Genauso wie mit der anderen Heroischen Quest probiere ich die ganze Zeit zu spielen, bis ich die eine Frau da habe. Mit dem weiblichen Charakter. Super. 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 Jetzt haben wir die eine Quest fertig. Dann nur noch 10 normalen Missionen. Da können wir jetzt die hier noch mal probieren. Den einen habe ich ja schon, aber den noch nicht. Dann da noch dreimal angreifen. Automatik natürlich einschalten, ganz wichtig. Go, go, go. Jawohl. Noch zweimal. Einsammeln, äh einsammeln, Autodrücken, Autostart. Jawohl, ja, hat da noch ein Kampf. So, jetzt haben wir die heroischen Quest dort auch fertig. Super. Oh, der nächste Kampf wäre der hier. Aber die habe ich schon. Vielleicht kann ich trotzdem einmal kämpfen. Das wäre nicht die, die habe ich schon. Und schon. Dann wird das doch ganz locker noch nicht. So. Dann, bitte. Jawohl, der Heiler schafft keinen kaputt. die eine Runde können wir auch noch spielen ich muss da ran oh tot ja vielen Dank noch zweimal die Heroischik festmachen und 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 wieder mein tank gefressen dafür muss er mit seinem leben bezahlen ok und noch einmal war das nach dem einkampf muss ich noch einmal eine mission machen das werde ich dann gleich machen wenn ich die leute ausgerüstet habe um zu schauen wen noch was fehlt ich fange natürlich wie immer mit den schwächsten kamerad an den schwächsten charakter zubat Alles einzeln? was geht das war's Held schwächste charakter als ausrüstend Oh, auf 12 dann machen wir mal auf 12 Ah, jetzt ist er auf 13 Ach 14 15 16 19 Jetzt hab ich kein Trinken mehr Na super 1, 2 Auf level 3 Level 3 war die auch Soweit ich weiß Dann gehen wir jetzt zu der hin Die ist auch level 3 Zum nächsten Erstmal alles ausrüsten Ist auch level 3 Bei denen alles ausrüsten Auf level 3 machen Beschwören Kein Zaubertränke mehr Kein Problem Bei denen auf level 3 So Dann haben wir jetzt alle fertig Ich wollte jetzt doch eigentlich schauen Da ist er Gerade Tränke bekommen 16 war das Ne Okay Schwächster charakter ist Maya Dann schauen wir mal Wo kriegen wir das her Finden Staaten Haben wir noch Einkampf frei Oder Einkampf müssen wir noch machen Frei haben wir noch mehr Aber wir brauchen immer den Einkampf Gut Das war der Kampf Ausrüsten Fertig Dann gehen wir jetzt auf Die Daily Queste Was haben wir hier noch übrig 200 nutzen Und öffne einmal Eine Truhe In Turm W nehmen wir mit Erstmal die Stärksten würde ich sagen Die gehen nicht Ah Muss ab level 15 Na dann Dann bin ich mal gespannt Ob ich das schaffe Bis zur ersten Tour Schaffe ich Gut Ich gehe mal davon aus Dass ich es nicht schaffe Sieht zumindest ganz anders aus Und ist auch so Dann werde ich jetzt einfach Das mache ich ja nicht Das schaffe ich nicht Ja Dann bin ich mal dran Das war es für heute Ich will noch schnell Über meine Geschenke ab Hier ist noch ein Geschenk Hier ist noch ein Geschenk Hier kann ich was machen Da kann ich was machen Da ist noch ein Geschenk Super Jetzt haben wir den auch schon 16 war das höchste Ah 19 war das höchste 19 Okay Dort war es Noch eine Quest Ich kann wieder Auf leveln Auf 19 Was drücke ich denn hier Da 19 19 Fertig Gut Ich sage noch 2 3 16er Gut Dann war es das für heute Dann Vielleicht das Spiel beenden Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr bei der nächste Video seid Bis dann wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao